Mein Name ist Max und ich bin Ingenieur. Ich habe mich schon immer für Technik und Mathematik begeistert und deshalb war es für mich klar, dass ich in diesem Bereich arbeiten möchte. Nach meinem Studium habe ich in einem großen Unternehmen angefangen und arbeite jetzt seit einigen Jahren als Projektleiter. Ich liebe es, an großen und komplexen Projekten zu arbeiten und Lösungen zu finden, die effizient und nachhaltig sind. Ich bin stolz darauf, meinen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten zu können und arbeite hart daran, meine Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern. Hallo, mein Name ist Lisa und ich bin Lehrerin. Ich habe mich schon immer für Bildung und die Entwicklung von Kindern interessiert und deshalb habe ich mich dafür entschieden, Lehrerin zu werden. Ich unterrichte an einer Grundschule und liebe es, meine Schüler zu unterstützen und zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln. Ich finde es wichtig, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein und ich arbeite hart daran, jedem Kind eine individuelle Förderung zu bieten. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meine Leidenschaft für Bildung ausüben zu können und ich sehe es als meine Verantwortung, die Zukunft unserer Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Ich bin Thomas und ich bin Polizist. Ich habe mich schon immer für Recht und Gerechtigkeit interessiert und deshalb habe ich mich dafür entschieden, Polizist zu werden. Ich arbeite in einer großen Stadt und es ist meine Aufgabe, die Bürger zu schützen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ich finde es wichtig, dass jeder sicher leben kann und arbeite deshalb hart daran, Verbrechen zu verhindern und Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meine Leidenschaft für Gerechtigkeit ausüben zu können und ich sehe es als meine Verantwortung, die Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen. Mein Name ist Sarah und ich bin Ärztin. Ich arbeite in einem Krankenhaus und kümmere mich um Patienten in meiner Abteilung. Ich habe lange studiert, um meinen Beruf ausüben zu können, aber es hat sich definitiv gelohnt. Ich liebe es, Menschen zu helfen und ihnen dabei zu helfen, gesund zu werden. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, jeden Tag in meinem Beruf arbeiten zu können und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre lang Ärztin bleiben werde. Mein Name ist Max und ich bin Fotograf. Ich habe mich auf Porträtfotografie spezialisiert und liebe es, Menschen in ihrer natürlichen Schönheit einzufangen. Ich arbeite sowohl im Studio als auch draußen und versuche immer, die Persönlichkeit meiner Kunden in meinen Bildern wiederzuspiegeln. Ich habe viel Erfahrung in der digitalen und analogen Fotografie und verwende sowohl moderne Technologie als auch traditionelle Techniken. Ich bin sehr leidenschaftlich über meine Arbeit und liebe es, kreative und einzigartige Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten und meine Leidenschaft mit ihnen zu teilen und ihnen die Erinnerungen zu geben, die sie für immer schätzen werden. Mein Name ist Elga und ich bin Köchin. Ich habe mich schon früh in die Kunst des Kochens verliebt und habe mich entschieden, diesen Beruf zu erlernen. Ich habe jahrelang in verschiedenen Küchen gearbeitet und gelernt, von traditionellen Restaurants bis hin zu modernen und experimentellen Küchen. Ich habe eine breite Palette an Fähigkeiten und Kenntnissen über Zutaten, kulinarische Techniken und Gerichte entwickelt. Ich liebe es, mit frischen und hochwertigen Zutaten zu arbeiten und Gerichte zu kreieren. Mein Name ist Paul und ich bin Maler. Ich habe mich schon früh für die Malerei interessiert und beschlossen, diesen Beruf zu ergreifen. Ich habe jahrelang gelernt und geübt, verschiedene Techniken und Stile auszuprobieren. Ich habe Erfahrung sowohl in der traditionellen als auch in der modernen Malerei und arbeite mit verschiedenen Farben und Materialien. Ich liebe es, mich kreativ auszudrücken und einzigartige Kunstwerke zu schaffen. Ich freue mich darauf, meine Arbeiten mit anderen zu teilen. Mein Name ist Pia und ich bin Verkäuferin. Ich habe mich in die Welt des Verkaufs verliebt und beschlossen, diesen Beruf zu ergreifen. Ich habe viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Verkaufs, von Kundenservice bis hin zur Produktpräsentation. Ich bin sehr kommunikativ und liebe es, mit Kunden zu interagieren und ihnen dabei zu helfen, die Produkte zu finden, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Ich bin immer bereit, mein Bestes zu geben und dafür zu sorgen, dass meine Kunden zufrieden sind. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten und meine Leidenschaft für den Verkauf mit ihnen zu teilen. Mein Name ist Peter und ich bin Bauunternehmer. Ich habe viele Jahre Erfahrung in der Konstruktion von Gebäuden jeder Größe und Art. Ich bin stolz darauf, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und immer pünktlich und im Budget zu bleiben. Ich freue mich darauf, Ihnen bei Ihrem nächsten Bauprojekt zu helfen. Mein Name ist Beate und ich bin Theaterkünstlerin. Ich habe an vielen Theaterproduktionen sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen mitgewirkt. Ich liebe es, mich in verschiedene Charaktere zu verwandeln und das Publikum zu unterhalten. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, Sie demnächst auf der Bühne zu begrüßen. Mein Name ist Christine und ich bin Friseurin. Ich habe viele Jahre Erfahrung in der Haarverarbeitung und ich biete eine breite Palette an Dienstleistungen an, von Schneiden und Färben bis hin zu Hochsteckfrisuren und Strähnen. Ich arbeite mit den besten Produkten auf dem Markt und ich bin immer auf dem neuesten Stand der Technik. Ich liebe es, meine Kunden glücklich zu machen und ihnen zu helfen, ihr bestes Aussehen zu erreichen. Ich freue mich darauf, Sie in meinem Salon willkommen zu heißen. Mein Name ist Samuel und ich bin Pilot. Ich liebe es, in den Himmel zu fliegen und die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich bin stolz darauf, die Verantwortung für das Leben und die Sicherheit meiner Passagiere zu tragen und jeden Flug zu einem sicheren und angenehmen Erlebnis zu machen. Ich arbeite hart, um meine Fähigkeiten und Kenntnisse ständig zu verbessern, damit ich den höchsten Standards der Luftfahrt gerecht werden kann. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, diesen erfüllenden Beruf ausüben zu dürfen und freue mich auf viele weitere Abenteuer am Himmel. Mein Name ist Maria und ich bin Schneiderin. Ich liebe es, mit Stoffen und Nadeln zu arbeiten und kreative Kleidungsstücke zu entwerfen und zu nähen. Ich bin stolz darauf, dass ich mit meinen Händen etwas Einzigartiges erschaffen kann und jedes Stück, das ich mache, ein Unikat ist. Ich arbeite hart, um meine Fähigkeiten und Kenntnisse ständig zu verbessern, damit ich höchste Qualität liefern kann. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, diesen erfüllenden Beruf ausüben zu dürfen und freue mich auf viele weitere Projekte in Zukunft. Mein Name ist Andi und ich bin Zahnarzt. Ich liebe es, Menschen bei der Verbesserung ihrer Mondgesundheit zu helfen und ihnen zu einem strahlenden Lächeln zu verhelfen. Ich bin stolz darauf, meine Fähigkeiten und Kenntnisse in der Zahnmedizin einsetzen zu können und die Lebensqualität meiner Patienten zu verbessern. Ich arbeite hart, um mein Wissen und meine Fähigkeiten ständig zu verbessern, damit ich den höchsten Standards der Zahnmedizin gerecht werden kann. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, diesen erfüllenden Beruf ausüben zu dürfen und freue mich auf viele weitere erfolgreiche Behandlungen. Mein Name ist Pia und ich bin Buchhalterin. Ich liebe es, mit Zahlen und Finanzen zu arbeiten und Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Finanzen zu unterstützen. Ich bin stolz darauf, meine Fähigkeiten und Kenntnisse in der Buchhaltung einsetzen zu können, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu helfen. Ich arbeite hart, um mein Wissen und meine Fähigkeiten ständig zu verbessern, damit ich den höchsten Standards der Buchhaltung gerecht werden kann. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, diesen erfüllenden Beruf ausüben zu dürfen und freue mich auf viele weitere Projekte in Z. Mein Name ist Pedro und ich bin Lehrer. Ich unterrichte Mathematik an einer Schule und helfe meinen Schülern, dieses Fach zu verstehen und zu lieben. Ich liebe es, mit jungen Köpfen zu arbeiten und ihre Entwicklung im Laufe des Jahres zu sehen. Es ist sehr befriedigend, meine Schüler in die Mathematik zu verlieben und Karriere in diesem Bereich zu machen. Sei Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lasst dein Like da.